Und ich würde sagen, ich werde mich dabei hier zu den hinstellen und oder hinsetzen. Setzen. Oh, Dungeongruppe gefunden. Es ging schneller als gedacht. Ah, okay. Erhöht 3% Schaden aller Gruppenmitglieder. Ein kleines Buff-Item für jeweils 30 Minuten Abklingzeit. Leckt mich fett. Okay. Warum nicht? Warum nicht? So. Was noch mit dem hier reden? So. Sammelt Seerosen. Ja, okay. Warum nicht? Kann man machen. Die waren hier. Ja, hier waren sie. Ah, ja. Inhalier. Ah, schaut ihr euch an. Noch mehr Seerosen. Ah, guckt euch an, wie es inhaliert. Er frisst es nur so in sich rein. Mein Süßer. Das macht mich immer so glücklich, wenn er das tut. Schaut ihr hier an. Ah. Ah. Oh, wundervoll. Jetzt noch einer. Da brauchen wir noch eine einzige, Leute. Dann haben wir es geschafft. Dann müssen das alle Hauptquests gewesen sein. Von täglich bis neu. So, seh, 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 hier. So, Nummer 5. Und dann hoffe ich, dass wir hier fertig sind mit der Hauptquest. Und dann gehen wir auf jeden Fall zum Dungeon, meine Freunde. Weil einmal machen wir den Dungeon heute noch. Auch wenn er ein bisschen lang dauert. Vielleicht dauert er auch nicht so lang. Ich weiß es nicht, wie lange ich dafür brauche. Kommt auch darauf an, ob wir eine Gruppe finden oder nicht. Würde auf jeden Fall schneller gehen dann. Wir müssen gucken. Sprecht mit Kukuta. Mach ich doch gerne, wenn ich hier hochkomme. Der hat eine neue Quest für uns bekommen. Der Kukuta war hier. Minigame-Trommelspiel. Ich will kein Minigame-Trommelspiel. Spielt das Minigame-Trommelspiel. Ich muss es spielen. Es ist die Quest. Okay. Oh Gott. Was? Hä? Hä? Ah. Ich raffst du dich. Ich raffst du dich. Ich raffst du dich nicht. Ah. Das hat Range. Verstehe. Ah. Okay. Ja, okay. Da muss man erstmal drauf kommen. Naja. Egal. Ich hab die Quest geschafft. Der Rest ist mir egal. So. Spielt das Mini-Trommel-Game? Schon wieder? Achso. Es ist ein tägliche jetzt. Wahrscheinlich. Das Mini-Game ist in 10 Sekunden verfügbar. Okay. Ich schieb mal wieder meine Karte hier hin. Ich hab die gerne hier. Jetzt. So. Versuchen wir es diesmal besser. Also wir müssen drauf zielen und werfen. Und zwar nicht wie die Frosche vorne stehen, sondern einfach nur welche Frösche da sind. Okay. Rot. Rot. Okay. Blau. Blau. Lila. Lila. Ah. Geht doch. Oh Gott. Blau. Rot. Lila. Rot. Lila. Rot. Blau. Rot. Blau. 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 Lila. Blau. Blau. Verdammte Kacke. Lila. Lila. Rot. Rot. Blau. Blau. Rot. Verdammt. Es geht nicht. Es geht nicht mehr. Okay. Jetzt bin ich gefickt. Ich versuche aber trotzdem noch so viele Punkte wie möglich zu kriegen. Okay. Diesmal haben wir bessere Punkte gekriegt. Und wir kriegen auch Items für und Geld. Schau an. Das ist ja cool. Schälerfrosch verwendet. Quarkfest. Okay. Begleiterbeschwörung. Waldfröschlein. Ein Tag. Okay. Was bringt das? Ach, das sind Aussagen drin. Okay. Interessant. Popcorn. Okay. Ich habe eine Münze über den Kopf. Popcorn. Ist ein Buff. Ist ein Buff. Es ist ein Buff, meine Freunde. Es ist ein Buff. LP Buff. Und das andere sind auch Buffs, nehme ich an. Oder ein Ausdauertrank. Naja. Ist ganz lustig. Aber nicht meins. Naja. Das ist ein Lauter. Keiner mag dich. So. Haben wir auch noch mehr Gold. Oder Silber. Aber wir kriegen immer mehr Gold. Wir haben schon 5 Gold. Wird reich. Ist das so ein Event? Schon wieder eine tägliche Quest. Sammle Seerosen. Sprich mit. Was? Refekt Darwin. In Holzhausen. Okay. Wir müssen also wieder nach Holzhausen zurück. Werden wir also nicht ewig verweilen. So. Ich brauche Seerosen, meine Schätze. Ja. Geil. Geht weg von mir. Ich muss Seerosen sammeln. Geht weg von mir. Seerose? Seerose. Ah ja. In Aliya ist sie nicht ein, Baby. Ah ja. So. Hört mich an. Ah ja. Haben wir ja auch Seerosen? Ja, haben wir. Seerose. Da oben waren Viecher. Treffen die mich an? Ah. Tun sie. Fuck. Ich wurde attackiert. Verdammt. Lass. Mich. In Ruhe. Seerose sammeln. Da ist Seerose. Ich werde trotzdem weiter sammeln. Egal was ihr tut. Oh nein, bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Eine Seerose noch. Ein einziger. Kann man nicht. Ha. Ja. Bingo Bongo. Und dann müssen wir nach Holzhausen. Und wir haben diese ganzen, könnten wir Event-Quest nennen. Oder neue Quests, weil ich kenne die noch nicht. Haben wir auch gemacht. Also ich habe die noch nicht gekannt. Auf jeden Fall eine nette Geldmachweise. Aber das war es hier. Jetzt müssen wir zurück nach Holzhausen. Und wir wurden angegriffen. Ihr kleinen Spastis. Ihr kleinen Spastis. Verdammt nochmal. So. Wir haben doch eine Teleport-Roll-Denler-Holzhausen. Holzhausen. Teleport. Jawohl. Gut. Ab nach Holzhausen. Wir kriegen eine neue Quest. Und während der Ladebildschirm ist, kann ich mir vielleicht endlich mal eine Zigarette stopfen. Das wäre geil. Vielleicht lädt er ja wieder ein bisschen länger. Mal gucken. Oh. Please. Don't so fast. I need time. Okay. 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 Wir sind wieder in Holzhausen. Ich habe jetzt auf die Schnelle eine Zigarette gestopft und die sieht echt kacke aus. Ich würde sie euch am liebsten zeigen. Also, die ist echt richtig schlecht. Total schlecht gestoppt. Für alle Raucher werden wahrscheinlich verstehen, was ich meine. Alle Nichtraucher einfach weg können. Aber die ist auf jeden Fall sehr schlecht gestoppt. Viel zu leicht. Jetzt bin ich wieder ready. Wir sind wieder in Holzhausen. Und da unten können wir die Quest anlabern. Ich hoffe, dann kriegen wir die Dungeon. Ich hoffe es. Wir haben alles richtig gemacht, hoffe ich. So. Das wollen wir. Nicht die andere. So. Meldet euch bei Centuri. Herod auf. Okay. Jetzt müssen wir in die Map. Gut. Da wir in die Map müssen, werden wir jetzt die Dungeon schon machen. Ich weiß nicht, warum wir die Quest nicht kriegen. Vielleicht kriegen wir die auch schon. Ich bin einfach zu doof dazu. Wer weiß. Wir finden es jetzt gemeinsam raus. Loll. letzt du es jetzt. Aaaaah. Abba. Verdammt. Oab. Abba. Ja Great. Kommt schon, lad, schneller, ich will nicht länger warten, los Leute, singt mit mir, wir wollen nicht mehr länger warten. Ich weiß, ich bin ein guter Sänger, ein wundervoller Sänger, danke, danke, danke. Ich habe gerade was gesehen, hier sind ein paar neue Symbole, Gegenstandsausgabe, okay, da ist nichts, keine Ahnung, Anprobe-Modus, Anprobe-Modus. Kaufen. Ich sehe nichts, gute Anprobe. Ah, jetzt so, boah, das wäre perfekt für meinen Kaufen und dann kommen wir zum Terra-Shop, war ja klar. Ich habe sogar drei Taler, uh, aber hier kann man sich jetzt da sogar anprobieren, Zeug. Das ist doch geil. Finde ich geil, hat was. Komme ich hier auch wieder raus? Verlassen. Jetzt habe ich einen Screenshot gemacht, das wollte ich gar nicht. So, wir zerlegen mal dich hier, oder können wir nicht, wegen, ja, wegen Dingern. Egal, dann weg mit dir. Einfach weg. Ich brauche den Platz. So, wir sind wieder hier, lang ist es her, lang ist es her. Und jetzt gehen wir da strikt durch die Tür. Und hier hätten wir jetzt eigentlich noch jede Menge neue Quests. Wir haben hier sogar grüne, diese Bäume verkloppen. Und wahrscheinlich noch ein paar andere. Aber wir wollen den Dungeon. Liebe Freunde, wir wollen in den Dungeon. Ich denke, ihr wollt alle den Dungeon sehen, wir wollen ihn alle sehen. Ich will ihn auch sehen. Ich will ihn machen. Mit euch. Oh ja, das wird geil. Und wir haben die Quest, aber nur gelbe. Keine rote. Ich weiß nicht, wo die ist. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. Aber wir könnten jede Menge gelbe machen. Ich werde jetzt zum Dungeon gehen. Ihr seid ja auch grün. So. Und ja. Vielleicht verkloppen wir die Wannen anders mal. Und vielleicht suche ich mal den Weltenboss. Weil es gibt hier einen kleinen Weltenboss. Vielleicht kennt ihr den nicht. Werde ich auch mal zeigen. Den gibt es eigentlich auf jeder Map irgendwo. Ich weiß nur nicht alle. Und ich glaube, ich habe auch noch nicht alle besiegt. In Stats Gruppe suchen. Ja. Gruppe suchen. Als Damage Dealer. Anfragen. Wir versuchen mal, irgendwelche zu finden. Ihr seid jetzt in der Warteschlange. Wenn es nicht schnell genug geht, werde ich allein den Dungeon machen. Oder ihn probieren. Wenn wir aber eine finden, ist gut. Wir warten jetzt einfach mal ein bisschen. Und gucken, was passiert. Ich werde mal, warte. Hier steht sie. Zwei Minuten. Geschätzte Wartezeit zwei Minuten. Ich werde mal zwei Minuten warten. Und ich würde sagen, ich werde mich dabei hier zu denen hinstellen. Oder hinsetzen. Setzen. Oh, Dungeon Gruppe gefunden. Es ging schneller als gedacht. Oh, ach, die haben mich eingeladen. Die wollen den Dungeon machen. Ah. Hi. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Wir haben gleich mal welche gefunden, die die dann schon machen wollen. Wir sind ein Magier. Ja, ein... Einer der neuen Klasse. Und ein... Ach, schwäger wie ich. Ja, okay. Egal, go. Ja. Ich würde auch sagen, gehen wir rein. Wir sind eigentlich stark genug so. So, wir gehen rein. Ja. Und theoretischerweise, wenn die jetzt die Hauptquest haben, oder diese Quest, dann müssen wir die auch bekommen. Das ist geil, das Bild. Aber das andere ist schwul. Aber das andere war geil. Da, wir müssen eigentlich vor denen, die eine Menge Hauptquest kriegen. Aber... Vielleicht kriegen wir die ja. Welches war mein Buffding? Kann mir das hier rein zwischen... Ich habe keine Ahnung mehr, was zum Buffen war. Ich leg mal hier ein Lagerfeuer. Und mach das hier. Äh... Ja, das war's. Sehr schön. Gut. Äh... Wo ist der Bersi? Leute? Wo ist... Nummer 3? Sollen... Wir warten... Wär ja... Nett. Dann warten wir besser. Was... Wir... so leute wir werden jetzt kurz auf die nummer drei warten die dritte in der gruppe ich werde hier kurzen cut machen weil ich denke sonst überzieht sich diese aufnahme ein bisschen die länge das wollen wir nicht und ich würde sagen wenn er das mache ich dir auf navi an und wir machen diesen dann schon also bis gleich leute